Der Ball hat den Ball noch mal angenommen, aber gegen 2, 3 Schalke kann er sich da durchsetzen. Zieht zur Außenlinie, bringt immer die Mitte! Tor! 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 Goal! Stanislav Schishtag! Goal! Goal Bochum! Goal Bochum! Ja, und das ist es! Das ist der Lohn! Das ist der Lohn, wenn man nicht darauf gibt! Wunderschöne Arcemia-Flanke! Und in der Nachspielzeit macht Stanislav Schishtag das Tor für die Blau-Weißen! Und jetzt herrscht hier Ausnahmezustand!